Jeder muss für sich den besten Weg finden. Meiner hat mich nach Stephanskirchen in Oberbayern geführt. Hier gestalte ich die Zukunft mit, bei TGW Robotics. Unsere Roboter- und Automatisierungslösungen verändern die Intralogistik. Sie heben Performance und Wirtschaftlichkeit auf ein neues Level. Ich mag die Internationalität von TGW und den Austausch mit Kollegen auf der ganzen Welt. Zu meiner Welt gehört aber auch mein Team vor Ort. Ich habe meinen Weg gefunden bei TGW. Hier habe ich die Möglichkeit, mich zu entwickeln, weiterzukommen und Erfolge zu landen. Ich bin Florian Kaffel und TGW ist mein Unternehmen.